So, 3, 2, 1. Willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 19. Ich bin hier gerade noch in der Maisernte beschäftigt. So, mal kurz senken. Werde ich erstmal kurz in Helfer fahren lassen. Denn, wir müssen mal kurz den, die Ladung übernehmen. Der Drescher wird nämlich schon ganz schön voll. So. So, auch weit außen fahren. Na gut. Komm. Der fährt schon echt langsam. Oh, komm. Fahr, fahr, fahr. Fahr. So. Hast du das alles auf den Hänger, was du noch drin hast? Jawohl. Schön. Ach, ich habe einmal einen Hänger mit einer Stachenachse und einmal einen. Okay. Okay, okay. So. Also, habt ihr es gesehen. Hier läuft aktuell die Maisernte. Dann hätten wir hier drüben gerade noch Wobei, das übernehme ich mal selber. Ein bisschen striegeln. Auf dem ehemaligen Sojafeld, wo wir äh, ich glaube dieses Diesmal Hafer angesät haben, wächst schon das erste Unkraut. Da fahren wir mal schnell mit einem Striegel drüber. Pestizide wollen wir ja nicht einsetzen. Oder irgendwelche anderen Unkrautbekämpfungssachen da Striegel reicht. Geht auf jeden Fall schneller als Handarbeit. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Hm. Feld 18, 19 und 20 sind glaube ich immer noch nicht ganz erntebereit. Da wächst ja unsere Gerste im Moment. Oh Gott. Falsche Taste gedrückt. Wollte noch nur anheben. So. Jetzt aber los. Und dannтор Oh nein, es hat umgeschlagen. Jetzt ist das Unkraut nicht mehr so gut. Zweite Wachstumsstufe und wir waren live dabei. Oh Gott, das ist schwer einzuschätzen, aber hier sieht man es noch ein bisschen. Bleib stehen. Runter. Ich würde sagen, so sind wir auf 90 Grad, ja. Dann fahren wir mal blind hier so rüber. Müsste passen. Ach, diese Wachstumsstufe kam schnell und unerwartet. Wächst Hafer zufällig schneller? Genau. Ja. Also. Dann walk ich noch auf 100 Grad. Dann passen wir mal unsere Wachstumsstufe. Und dann Instituttstufe. Die Wachstumsstufe. Ich bin einfach etwas zufällig. Ich bin einfach mal nicht mehr. Ich bin einfach mal nicht gleich. Und jetztήду immer wieder einmal auf 70 Grad. Und dann fahren wir mal die Wachstumsstufe. Und nicht soweit, nicht soweit. Ich glaube hier so müsste passen. So, treffen wir jetzt das komplette Unkraut. Gerade so. Mist im Dunkeln, sowas machen sie auch scheiße. Beklein there! so runter lalala das unkraut das muss weg das unkraut das muss weg die ralala die cola ist zum trinken es ist vorbei die schöne zeit das ist so weit so 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 da wäre das durch schauen wir mal kurz unkraut ist erstmal weg gedüngt ist auch der fährt noch fleißig kann ich wahrscheinlich fast ab tanken jawohl ok dann springen wir mal in den quatsch nicht b was wollte ich denn machen lichtern da hinten ist er schnell hinterher bevor der schon wieder wenden will er wendet grad ne gut dann warten wir bis er wieder hier unten ist ja voller korn tank ich weiß oder fast voller korn tank man Na komm, na komm, machen wir auch volle Beleuchtung an. So, Kollege, jetzt wende und dann... Dann nehme ich dir deine schwere Ladung ab. So... Oh Gott, ich eier schon wieder so wahnsinnig. So, wenn ich auf der Spur bleibe... So... Erster Hänger voll... Und dann... Dann fahren wir noch bis zum Ende des Feldes mit hier. Ein bisschen was passt hier da rein. So, dann springen wir mal zur Spritze. Dann können wir ja schon wieder zur Feld 17 fahren. Dass das so ungeheuer schnell... Oh! So... Ich glaube... 19 und 20 werden gerade reif. Und kein Licht angemacht. Schande über mein Haupt. Kurz hier schauen... 56 Prozent. Okay, der Helfer düngert auch. Dann fahr ich mal... Ähm... Den Striegel weg... So, wenn du jetzt nicht bremst... Du hast ein Stoppschild... Bremst nicht. Diese Autofahrer... Nein, nein, nein. Das gehört sich einfach nicht... So... Hm... Striegel... Den lassen wir jetzt mal... Hier vorn... Absetzen... Kuh. Schauen wir mal... Wurde gedüngert... Heißt Gerste... Heißt die Ernte reif? Abgeerntet... Geflückt... Kraut entfernen... Unkraut... Nein... Ähm... Komm... Ernte... Ja... Gehen... Gehen... In die... In die Gerste Ernte... Also Licht an... Aufklappen. So jetzt ist es langsam hell geworden. Ein wunders geschehen. Oh Scheiße. Wir wollen doch Stroh haben. So. Und so wenig wie möglich Gras kaputt fahren. Von daher werde ich mal hier die Ernte übernehmen. So. 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 So.